Ristbear! Mennu, 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 Mennu! Jetzt brauchst du ja auch noch Jump-and-Run-Skills, oder? Oh... Euer Ernst? Oh, Mann! Das war ja jetzt so typisch. Alter! Ohne Mist jetzt! Konzentrier dich jetzt! Konzentration! Konzentration bei Redwood! Wow! Wow! Jawoll! Da ist das Ding! Und da ist das Ding! Die Statue! Die Puzzleteile! Und die Verschlossene Tür ist gefunden worden! Hier steht, die Türen von Durin, des Herrn von Moria, spricht Freund und tritt ein. Es ist ein Rätsel! Was ist das elbische Wort für Freund? Mennu! Eine Mühne! Oh! 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 Checkpoint! Äh... Ja, was will der denn machen? Was muss ich denn machen? Was? Warum nehmen sie... Äh... Ich glaube, der war doch ein bisschen besser. Wenn er mal sein Schwert nehmen würde... So, äh, den zweiten Arm von dem Vieher mal getötet. Äh, ja, speichern und fortfahren. Haben wir doch aber schon gemacht. Noll! Noll! Ohne Mist jetzt, der wirft auch Finger auf uns. Was leuchtet denn da so? Warte mal, irgendwas kann ich mit Legolas machen, oder? Ah, gut, kann ich nicht. Doch kann ich. Äh, ja, ja. Das bringt mal gar nichts. Ich muss einfach warten. Komm her, du scheiß Vieh. Du drückst auf die Fresse. Bam, bam. So, äh, er hat nur noch einen Arm. Ich dachte, er hat nur noch einen Arm. Warte mal. Halt auf die Mütze, du scheiß Kraker. Alter, wie das wegkommt. Wie das wegkommt. Äh, Legolas. 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 Boy, was macht er. Was macht er? Ist das viel Macht? Was er macht, habe ich genau. Gimli, 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 gimli. Wow! Bam! Zack! Zerstört es! So, jetzt ist das andere Auge dran. Ein hässliches Vieles ist es aber auch. Zack! Und in das andere Auge, bam! Jetzt hat er keine Augen mehr. Oh mir! Legolas! He lol! Hahaha! Meine Axt! Meine Axt! Meine Axt! Wo ist meine Axt? Der Pass von Caradhras. Caradhras? Caradhras? Gandalf der Graue! Gimmi! Legolas! Boromia! Bromomia! Neue Charaktere zum Kauf verfügbar. Zwei Stück! So, wieviel Brode Cent haben wir? Ja, 76. War wohl nicht so gut. Einfünfzig... Oh! Fast an die Hunderttausend Münzen von mir. Ein neunze Tausend. Entwurf freigeschalten. Mit schwierigen Bündelbogen. So, ein Level... Boah! Zwei! Boah! Wiii! Wir haben zwei! Es wird Zeit, dass wir mal wieder eine Schmiede finden. Geschichte fortsetzen! Äh... Oh... J... Unfählich! So, ich bin mal gespannt, wo es weitergeht. Bestimmt hier in der... Ah, wo sind wir? Wir haben wieder... Ah! Eine Mühe! Leul, 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 leul! Kaa! Mal gucken, wo wir sind. Kartenstatue entdeckt. Oh, die harmonische Musik. So, also... Da haben wir auch M. Wir laufen mal hier runter. Hey, wie geil ist das denn? Das ist ja geil! Hahahaha! Bam! Bam! Äh! Bam! 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 Ich habe keine Chance gegen mich! Bam! Oh, wie geil! Ohohohohoho! Wie geil wie geil! Denn... Oh, da muss ich mir merken, dass man sowas machen kann! Lol! Warum konnte ich ihn gerade nicht mehr wählen? Das ist ja nett. Also das ist mal richtig geil. Nikolas? Hilf mir mal. Ne, mach doch nicht. So. Dann laufen wir mal den Vieh hier hinterher. Oh. Da. Fehlt. War's. Hey du. Man könnte es aber auch nicht kaputt machen. Du Armer. Warte mal. K? Hey, das ist ja geil. So. Wenn wir da lang laufen, dürfen wir auch noch einen kriegen. Hey, wartet doch mal. Legolas. Du kannst ja auch noch was machen, Legolas. Lol. Der Pfeil blendet. Legolas kann von Seilen nach oben fliegen. Ja, das wissen wir ja schon. Wo führt uns der... Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Ich bin mal gespannt, was uns da... Loll. Wie kommst denn du her, mein Freund? Loll, wie kommt ihr Ali hier her? Jeder darf jetzt mal sein Glück. ja mit seiner pfad pfanne kandau Nee, der... Oh, der... Ich meine, der kann das... Warum können wir denn das nicht zerstören? Ja, der kann das, oder? Ach man, das ist schade. Das ist aber bestimmt dann die andere Mission da unten. Echt schade. Lol, 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 lol. Wie seid ihr alle hier rübergekommen, wenn ihr das nicht könnt? Wow. Wow. Lol. Ich muss immer wieder davon anfangen. Nein! Ich muss echt immer wieder davon anfangen. Sehr interessant. So, wir gehen weiter. Und nun, Elbmär, werdet ihr die berühmte Gastfreundschaft der Zwerge kennenlernen. Brasselnde Kaminfeuer. Gut abgehangenes Fleisch. In die Minen! Lol. Jetzt bleibt uns nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen es mit der langen Dunkelheit Morias aufnehmen. Denn dies, mein Freund, ist die Heimstätte meines Vätters Ballen. Und sie nennen es eine Miene. Eine Miene! Dimmli! Dimmli! Nein! 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 Hier ruht Balin. Von den Zonen. Herr von Moria. Ich hatte es befürchtet. Wir dürfen hier nicht verweilen. Wir müssen weiter. Au! Hm? Hm? Oh Mann. Er schafft auch alles, oder? Ich zünde hier erst mal alles an. Jetzt brauchen wir noch einen Schlüssel. Ah, wartet mal. Ups, ups, ups. So. Ah, hier. Und hier haben wir den Schlüssel. The K. The K from him. So. Aha. So. Na klar. Aus der Kiste. Drop. Das vorhandene. Zahnrad. So. Und jetzt? Okay. Zack, zack. Und bam. Ähm. Ah, die Kurbel dazu hat uns noch gefehlt. Na, Logo. Nein. Nein. Ja. Gimli hat die Kurbel. Komm, Gimli. Gimli. Ach so. Wir mussten das erst. Wartet. Was ist dann da drin? Ah, wir müssen das erst alles auf. Hm. Das ergibt einen Sinn, warum wir die Kurbel noch nicht anbringen konnten. Ah, Kurbel, Kurbel, Kurbel. Oh, nein. Warum gucken die so? Trafodo. Oax. Oax. lol wir können nur pumpen, das ist ja cool hey wir haben wieder einen Brief gefunden was haben denn hier diese goldenen Dinger eigentlich alle zu bedeuten